Wir haben keine Versicherung, die bei einer Seuche greift. Es treibt uns schon auf jeden Fall an unsere Existenzgrenze. Kann durchaus sein, dass es viele davon trifft, die es im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Bis zum 31. August werden die Großveranstaltungen verboten sein. Wegen des Coronavirus sind viele Musikfestivals abgesagt worden. Man hat diese Sommerstimmung, diese Leichtigkeit für Musikfans und natürlich Festivals, so eine Art Urlaub. Es ist einfach nur nice, auf einem Festival zu sein. Salwa Humzi ist Musikjournalistin und DJ. Sie hat zum Beispiel schon auf dem Splash und dem Cosmonaut-Festival aufgelegt. Ein Sommer ohne Festivals? Für sie kaum vorstellbar. Also tatsächlich der Moment, wo es mich richtig gepackt hat und ich realisiert habe, die Festivals werden nicht stattfinden, war ich wirklich sehr traurig. Also es war wirklich, es klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich hatte wie so einen Tag so Liebeskummer. Aber ich weiß natürlich, dass es die einzige sinnvolle Entscheidung ist und dass es richtig ist. Aber so dieser Vernunftgedanke, der hilft ja nicht immer bei Emotionen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug. Auch der Festivalsommer 2021 könnte ganz anders aussehen als geplant. Denn wie viele andere Kulturangebote auch, kämpfen Festivals jetzt um ihr Überleben. Ich schlafe schlecht. Ich bin genauso verzweifelt wie die. Ganz ehrlich. Wirklich ehrlich. Das ist, mir blutet das Herz, ja. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher zurück als ein Konzertsaal oder ein Theater. Was tut die Politik, um unsere Festivals zu retten? Wir wollen insbesondere die Musikszene bei den vielen Festivals, die wir in Deutschland haben. Ob es Wacken ist, Rock am Ring oder viele kleine Festivals. Für jeden Musikgeschmack haben wir eine so lebendige Musikszene. Die müssen wir erhalten. Und die Folge wäre ein wirklich radikaler Kahlschlag im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports und auch in der Kunstlandschaft. Und das ist unser Anliegen als Große Koalition, dass wir das verhindern. Long live Rock and Roll. Neben den Riesen der Branche wie Wacken oder Rock am Ring verzeichnet die Festivalplattform Höhm etwa 550 kleinere und mittelgroße Festivals in Deutschland. Jonas Seetke ist Geschäftsführer von Höhm und Sprecher des AK Festivalkombinat, ein Branchenverband für Festivals. Ich glaube nicht, dass alle Festivals, die wir jetzt aktuell in unserer Datenbank erfassen, auch im nächsten Jahr genauso weiter bestehen können. Am härtesten würde ich sagen, trifft es die ganzen kleinen und mittelgroßen Festivals. Diese könnte die Krise besonders hart treffen. Mit Umsatzeinbußen von knapp 233 Millionen Euro. Zum Beispiel das Wilde Möhre Festival. Seit 2013 lockt es jedes Jahr im August rund 5000 Besucherinnen und Besucher nach Dreppgau in Brandenburg. Dieses Jahr nicht. Wir haben keine Versicherung, die bei einer Seuche greift oder die davor schützen würde, weil man auch dieses Risiko einfach nicht gesehen hat. Das Festival kann nicht nachgeholt werden. Also bleibt die Wilde Möhre auf den Kosten für Gehälter, Mieten und Buchungen sitzen. Auch wenn es nächstes Jahr weitergehen würde. 300.000 Euro sind jetzt schon ausgegeben worden, weil ja die Planung eines Festivals circa 14 Monate zuvor beginnt. Und auch schon ganz, ganz viel Planung da reingeflossen ist. Wenn es jetzt nun aber keine Veranstaltung gibt, bedeutet das, es gibt ja keine Einnahmen mehr, die man gegen diese Ausgaben stellen kann. Das heißt, wir sind gezwungen, irgendwie diesen Fehlbetrag uns als Kredit zu leihen. So ähnlich geht es auch dem Fehl-Festival. Im Juli hätte es mit 20.000 Besuchern am Berghäder See in Brandenburg stattfinden sollen. 385.000 Euro haben die Veranstalter schon ausgegeben, sagt Kira Teige. Sie ist Mitveranstalterin und macht sich Sorgen um alle Mitwirkenden. Weil unser Festival erst dadurch so bunt wird, dass wir mit verschiedenen Crews, verschiedenen Dienstleistern, verschiedenen KünstlerInnen, verschiedenen Kollektiven zusammenarbeiten. Und wenn es davor dann viele nicht über die Krise geschafft haben, weil sie es sich nicht leisten konnten, dann kann auch das Fehl-Festival nicht so bunt sein, wie es normalerweise ist. Aber was, wenn auch der Festival Sommer 2021 vom Coronavirus bedroht ist? Dann kann es wirklich im schlimmsten Fall sein, dass am Ende irgendwie nur noch 50 Festivals, die wirklich sehr gut versichert waren, die in einem großen Konstrukt zusammenhängen. Beispielsweise mit CTS-Evente, börsennotierte Unternehmen, die da sowas auffangen können noch und die dann den Markt quasi weiter bespielen können. Was also macht die Politik? Erstens, gerade können Festivalveranstalter schon auf die Soforthilfe der Länder und des Bundes zurückgreifen. Wir haben einen Zuschuss bekommen, diesen Corona-Zuschuss, der möglich war von 15.000 Euro. Leider ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Steinen. Von der Politik wünsche ich mir, dass man sich dessen bewusst ist und dass man dann sagt, okay, wir brauchen in irgendeiner Form einen Rettungsschirm. Wir brauchen in irgendeiner Form Geld, was diesem Unternehmen hilft, dass das nicht alleine auf den Schultern von den Einzelpersonen landet. Zweitens, auch Festivalveranstalter können die neue Regelung für Kurzarbeit nutzen. Das spart Geld, schafft aber auch Probleme. Wir alle verdienen ohnehin schon relativ wenig, weil wir in diesem Kulturbereich sind. Und jetzt ist natürlich mit der Kurzarbeit unsere Situation so schon super angespannt. Weil von 800 Euro kann man einfach gar nichts mehr machen. Drittens plant die Bundesregierung ein neues Gesetz für Veranstalter. Sie sollen bereits verkaufte Tickets in Gutscheine umwandeln können, statt den Betrag zurückzuzahlen. So bleibt das Geld erstmal bei den Veranstaltern. Klingt gut? Diese Gutscheinlösung wollen wir nicht annehmen, weil natürlich ist jeder unserer BesucherInnen, hat seine eigenen Situationen gerade und ist gegebenenfalls, ohne selbst dran schuld zu sein, in prekäre Situationen geraten, hat seinen Nebenjob verloren. Das bedeutet auch nur, dass man eben diese ganzen Kosten oder diese Einnahmen verlagert. Weil im nächsten Jahr haben wir ja dann genau diese Tickets schon verkauft und können die nicht nochmal verkaufen. Auch Oppositionspolitikerinnen fordern eine andere Lösung und mehr Hilfen für die Branche. Um es mit den Worten einer Betroffenen aus der Clubszene zu sagen, Zitat, Gutscheinpflicht ist Mist. Die Branche braucht nicht nur Applaus, sie verdient Respekt. Deshalb fordern wir einen Kulturrettungsfonds, der mit Direktzahlungen, Kulturschaffende und VeranstalterInnen zielgenau unterstützt. Und wir wollen zugleich, dass die Unternehmer, die Veranstalter eine reale Chance haben, der Insolvenz zu entgehen, nämlich indem wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch für solche Unternehmen öffnen, die im Bereich der Veranstaltungs-Kulturwirtschaft tätig sind. Meine Damen und Herren von der Koalition, sorgen Sie bitte dafür, dass all diese Institutionen möglichst bald wieder öffnen dürfen. Und das flankiert natürlich von den gebotenen Hygienevorschriften, Abstandsregeln, Schutzmasken und so weiter, das Kulturleben wieder Fahrt aufnimmt. Wir haben Kulturstaatsministerin Monika Grütters gefragt, welche weiteren Hilfen sie für die Festivalbranche plant. Ihr Büro antwortet, wenig konkret. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien setzt sich daher dafür ein, dass auch der Bereich der Festivals im Zuge etwaiger weiterer Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung eine passgerechte Unterstützung erhält. Dazu ist die Bundesbeauftragte in Gesprächen mit Fachverbänden. Eines der wenigen Festivals, das in diesem Jahr noch hoffen kann, ist das Immergut-Festival in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich findet es seit 20 Jahren im Mai statt. Die VeranstalterInnen Rieke Tesch und Björn Kagel haben es aber schon vor ein paar Wochen in den September verschoben. Also wir planen natürlich das Festival weiter mit auch Anpassungen, die jetzt schon mal durchdekliniert werden. Was ist, wenn nur weniger Besucherinnen und Besucher zugelassen werden? Oder was ist, wenn zum Beispiel unglaublich viele Desinfektionsmittel genutzt werden muss? Wie viel brauchen wir? Was sind mit Abstandsregelungen? Wenn man diese ganzen Auflagen hat, dass das Gefühl eines Festivals sich ein bisschen verändert. Und wir hoffen, dass es nicht schlimm ist so und glauben auch, dass es immer gut ist, dass es trotzdem immer gut bleibt. Andere Festival-Fans setzen auf digitale Lösungen. Auch Salwa Humzi streamt ihre DJ-Sets regelmäßig auf Instagram und träumt ansonsten schon mal vom nächsten Jahr. Der Festival Sommer 2021 ist natürlich super warm, die ganze Zeit sonnig, ohne Regen. Einfach so all das Perfekte, was man sich jetzt vorstellt in der Festival-Kummer-Vermissungsphase. Alle Leute wiedersehen, die man dieses Jahr nicht sehen konnte. Ja, viele Shows spielen, viele Shows sehen. Macht ihr euch Sorgen um euer Lieblingsfestival? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wer sich in alte Zeiten beamen will, als die Polizei noch das größte Problem des Fusion-Festivals war, sollte sich diese Reportage des Y-Kollektivs anschauen.